Wir kommen! Was hast du dir gewünscht? Das ist mein Secret. Hat das mit mir zu tun? Ja, aber auch mit dem da. Da werden wir. Mein liebster Berg 13. Das sind drei Berge. Papa, Mama, Kind. Vielleicht. Ich will nicht, dass er sich verraten wird. Er hat seinen Vater und er hat dich. Es gibt Momente, in denen ich fühle, so nah mit Triss, so nah, dass er nicht mein Sohn ist. Ich liebe meine Momente. In der nächsten Moment, ich fühle mich so verkehrt. Vielleicht kannst du wieder auf Daddy lieben. Triss, komm raus! Frieden! Aaron! Kannst du mich hören? Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020